Hehehe, für mich alten Drecksack geht's direkt weiter. Ja, wir machen jetzt einfach noch dieses Stück der Quest und... Da oben rückt doch einer. Oh shit. Den hab ich nicht gesehen. Critical Hit. Hockt da oben jemand drin? Ne. Wir sind noch nicht gesichtet, aber... Wir sind Vorsicht walten lassen. Wir kämpfen da gerade gegen wen? Oh shit. Okay, das ist irgendwie ein Riesending. Gegen wen kämpfen die denn? Vielleicht sind das ja... Vielleicht sind das ja... Winnetman oder so. Oh. Ja, moin. Gut, dann... Oh Gott, da hinten dran kommt noch was Größeres. Was kann das sein? Ach du Scheiße. Oh Gott, nein. Wartet mal, wartet mal. Warte schön. Oh nein. Zone-Truller. Okay, warte. Fuck, das ist irgendwie dumm gerade. Achso, doch nicht. Ich dachte... Ich dachte, das wäre so ein Fisch mit so einem roten Kopf. Wisst ihr, was ich meine? Wow, 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 wow. Oh fuck. Oh fuck, Leute. Wartet mal kurz. Ey. Ich sehe nichts. Ich sehe... Okay. Okay. So. Ah. Gibt es schön. Doch mal. Ach. Okay, wir geben uns gerade ordentlich. Vor allem der Pisser fackt mich an hier. Wie geil. Und ich hätte gern die Minen. Oh. Hier. Komm ruhig her. Fahr dir mal ein Bein ab. Was? Du bist ein Pisser, weißt du das? Wo ist denn die Mine hin? Komm schon. Ah, ist auch. Oh Gott. Der ist krass drauf, oder? Aber nicht krass genug. Bitch. Kate, Kate, Kate. Kate. Oh. Och du Kacke. Und draußen. Boxt mich einfach. Nur du Knuck. Hier. Hoffentlich fall dir deine verschissenen Füße ab. Oder ihre Reifen. Dinger. Das bringt nicht viel. Wisst ihr mal, haut der jetzt ab? Will der mich rollen? Ja, ich dachte, der fährt in meinen Schuss rein. Aber nein. In the pool, bitch. Get it on. You're gonna die. Really hard. Da war ich mal wieder nicht so edel. Na, der ging glaube ich hoch, ne? Ja. Da war ich nicht so edel drauf vorbereitet. Aber die waren jetzt auch gar nicht so stark. Ich hab kurz Schiss bekommen, weil diese... Wow. Wir schmeißen den hier mit zurück. Weil diese großen Viecher ja eigentlich ultra heavy sind. Wisst ihr noch, da in den Vortagen haben wir gegen einen gekämpft. Der unten im... Äh. Okay, das war glaube ich das Ding. Ich hab's so schnell weggeklickt. Das war keine Absicht. Wo wir gegen so einen Kampfroboter entgegentreten mussten. Das war schon ziemlich krass, Kate. Wo bist du eigentlich hin? Machst du schon? Das war's scheinbar schon. Hier können wir noch einen Turm aktivieren. Den wir scheinbar schon gefunden, aber nicht aktiviert haben. So, ja, aktivieren. Die wird zurücktreten. Marama. Dadurch werden die Signale verstärkt. Da ist noch eine Red Rocket Raststätte, aber die kennen wir schon, ja. Haben wir auch irgendwo eine Basis in der Nähe? Ne, haben wir nicht. Hm. Okay, das fährt jetzt ja hoch. Ist hochgefahren. Läuft. Äh. Wir sind ziemlich am Rand, ne? Da ist das Nuka World Besucherzentrum. Ich hab ja eben gesagt, dass wir gerne den Ding machen wollen. Den goldenen Grashüpfer. Das lassen wir jetzt erstmal liegen. Und gehen an den goldenen Grashüpfer. So, der goldene Grashüpfer ist hier, ne? Ja. Auf Auf und Dahin. Und danach können wir, wenn ihr wollt, ich denke, bis dahin habe ich auch euer Feedback erhalten. Es sind jetzt noch zwei oder drei Folgen, die ihr ansehen müsst, bis ihr hier ankommt. Also es vergehen noch zwei, drei Tage. Und dann erfahre ich, was ihr dazu gesagt habt zu dem Vorschlag in der letzten Folge, ob ihr und so weiter, was wir als nächstes machen sollen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir den Ding ganz gut down bekommen. Die Roboter-Quest, diese große. Das DLC. Aber wir müssen natürlich nicht. So, je nachdem, wie ihr eben lustig seid. Hab ich letztens nicht gesagt, dass wir irgendwie fast schon Level 40 sind? Sind wir gar nicht. Wir sind nur 35. Die. Wie viel? Wie viel? Die. Was ist du los? Protectron. So. Ist das, wo die, wo die, wo die, ist das, wo die Mutanten rumstanden? Direkt nebendran. Als sie den Freedom Trail gelaufen sind. Oh. Ja, ich glaube schon. Da antwortete direkt einer. Bläh. Uranium Fever. Da, 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 da. Ach, die Mucke. Sexy. Oh Gott. Okay, Hardcore-Speicherung. Hardcore-Speicherung. Ihr wisst mir sche... Dude. Ihr seid direkt neben mir. Die. Bitch, 52%. Ich treffe natürlich nichts, denn ich hab kein Hemd. Alter. Eminem fragt mich immer, ob ich für ihn für Lines schreiben kann, aber ich bin zu krass einfach. Die Leute würden das direkt merken, dass es nicht seine Lines sind. Weil die so unpointed sind. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Ähm, Käthe. Du solltest dich vielleicht mal ducken. Da steht ein super mutter Hund. Hundknödel. So. Oi, bitch. Get out my way, bitch. Ähm. Der hat irgendwie ne Rüstung an. Hier. Oh, jetzt. Muss er sich natürlich erstmal entfernen von mir. Käthe looted den einen schon. Schleinerei. Warte. Ah, die Pump ist es. Und zack. Shazam. Shit. Bah. Oh, komm. Fuck, der ist irgendwie stark. Der ist irgendwie sehr stark. Hier. Ah. Ach, musst du schon ausholen? Wenn ich aushol... Das find ich echt ein bisschen weak, dass die einfach... Oh oh. Er sollte nicht mehr so viel schießen. Also, dass die den dann komplett blocken. Also, unterbrechen den Angriff. Irgendwie macht's auch Sinn, aber... Irgendwie will ich das trotzdem. Da stand mein Angriff immer 3 schwerer kann. Wir sind übrigens fast tot, Käthe. Käthe rastet da gerade voll aus. Aufbreitetes Wasser. Erchäsel am Stiel. Nucle Quantum sammeln wir lieber... Muss man die eigentlich sammeln? Und ich weiß noch, dass man bei Fallout 3 oder... Bei Fallout 3 war es, glaube ich. Oder was bei New Vegas. Gab's den Erfolg... Eigentlich auf dem PC sind die Erfolge ja eh scheißegal. Die Erfolgen. Die Erfolge ja eh scheißegal. Gab's den Erfolg im Achievement auf der Xbox, dass man halt... Ja. Man musste die Nucle Cola Quantum sammeln. Man musste irgendwie 30 Stück haben. Und dann hat man den Erfolg bekommen. Und... 20... 50... Ich weiß es nicht. Und da hat er sich direkt reingebrannt. Die trinkt man auf keinen Fall. Die hebt man schön auf. Aber das konnte ich ja erst beim 2. oder 3. durchspielen. Dann fertig machen. Diesen... Diesen Erfolg. Weil ich natürlich direkt am Anfang dachte... Oh cool, Nucle Cola Quantum. Was wird das wohl sein? Saufe ich direkt mal. Und ja, das war dann nicht so cool. Ja moin. Was ist denn los? Mach was. Hey, D. Trüben steht auch einer. Ist der E-Systeme jetzt böse? Okay. Kann ich den da vielleicht anmachen? Was ist denn der PC? Ah. Very nice. Oh fuck. Einer steht direkt neben uns. Was? Ähm. Das könnte sein. Schade, Herr Woll. Mit Diktor und Steierdung. Ich gehe wie immer auf den Persönlichkeitsmodus. Das hat nämlich noch keiner von euch gesagt. Ob man das jetzt einstellen muss oder nicht. Dass er richtig abgeht. Einheiten aktivieren. Und jetzt. Erfreuen wir uns an dem... An unseren Helferlein. Ich hoffe er erkennt mich nicht direkt als böse. Weil ich seinen Kumpel gekillt habe. Ne. Geh da hoch. Da oben sind Feinde. Oder runter. Hä? Woher sind wir eigentlich gerade eben... Nicht zu viel bewegen. Hä? Ist er nicht eben irgendwo hoch? Scheiße. Öh. Kate, wir sind ja vielleicht auf YouTube. Ach, du bist mir vielleicht eine fluchende Tante. Mensch. Scheiße. Geh hoch. Geh hoch. Schlagst du tot. Oh fuck. Stinkpack ist reingepfiffen. Es ist halbmäßig gespeichert, Alter. Scheiße. Mo Weasel. Piepiesel. So. Zünder weggenommen. Wo sind die verkackten Gegner? Wo sind sie? Ist einer drin? Nein! Ich wollte dich gerade schlagen. Ähm. Ich habe sie noch abgenommen. Du sterbe! Hallo, Hundi. Von mir ist nicht meiner... Wo kommt der jetzt? Wo kommt der her? Also, sicherlich von oben, klar. Aber warum? Was macht der da? Warum? Was machst du da oben, du Dödel? Du Dödel, du. Du Dödel, die. Geh mal kurz weiter. Ich denke, Kate ist jetzt wahrscheinlich eh gerade genudelt. So wie das klingt. Pff. Ich dachte, eben dieser Podhitter auf mich geschossen. Oh, kurz mal speichern und heruntergehen. Könnte ich hier direkt... Fährt er? Oh, nach oben. Sehr schön, sehr schön. Ja, moin. Hallo. Du hast mich da eben so eklig angeschossen und direkt sein, ne? Kannst du hier nicht rein? Das ist für dich eine Ladezone, oder wie? Eine NPC-Ladezone. Oh, nein. Alter, da ist es aber auch wenig, ne? So. Öh, der weiß, die Schrotflinte. Das... Ah, sie lebt wieder? Oder noch? Öh, hallo? Also ich glaube, mit dem Fahrschul habe ich sie echt ausgeprägt, die Leute. Oh, ja, Alter. Hier. Ich dachte, ich habe die verschissenen Dinger ausgewählt, die jeder, obwohl ich die jetzt auch nicht erbrauchen will. Wo sind denn eigentlich? So, 23. Sehr gut. Äh, jetzt bloß nicht herunterstürzen und vor allem mich nicht selbst anfackeln. Geht das ja nicht so gut. Da ist irgendwas. Das ist fein. Kate. Oh Gott, Kate. Kate, sorry. Kate, Kate, neben dir. Kate, neben dir. Kate. Gott, das ist die blind. Die ist echt gescheuert. Leerer Blutsack. Habe ich gerade einen leeren Blutsack aufgehoben? Das glaube ich jetzt nicht. Okay, hier geht es echt brutal zur Sache. Und wir wollen doch eigentlich noch einen Gras-Hipfer haben. Will ich ein bisschen... Aber sie lebt noch. Und ich sage, das ist ein Witz. Schießt da vor sich rum. Oh. Und er lebt auch immer noch. Weißt du, der hat ihn gelegt. Der hat ihn gelegt. Geht's mit ihm hier rein? Ja, wir haben zwei? Guten Morgen, Herr Nachbar. Ein Springmesser. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Tiere. Ist mir sowas von egal. Es sind doch keine Tiere schlechter. Hallo. Ist das für die eigentlich auch schlimmer, die verstrahlt sind oder werden? Weil die ja eigentlich schon ziemlich viel Strahlung abbekommen haben, nehme ich an. Hallo. Wir sollten erstmal diesen Mutanten-Biest killen. Damit es nicht weiter auf uns schießt. Und der andere ist ja eh so ein bisschen stärker. Die Kate ist direkt bei denen. Alles klar. Und die Roboter helfen auch noch. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass die Roboter uns so extrem helfen, die wir da zur Hilfe rufen. Zusätzlich. Die setzen die Dinger komplett unter Feuer. Ich versuche ihn ein bisschen zu verklocken mit unserem Messer. Ne. Ich bin nicht hier. Oh shit, er sieht mich. Äh. Handen die mich jetzt auch? Hier. Damit er ein bisschen diesen Damage schafft, diesen, ja, dieses Gift oder was da drauf ist. Nice. Leute, nice. Aber da... Achso, da oben ist noch einer. Ich nehme an, das ist ein Boss oder sowas. Da sind sogar... Da sind sogar zwei. Ja, sind zwei. Ähm. Wir... Machen... Können ich hier pennen? Ja, ja. Wir pennen erst mal. So, wir speichern, obwohl gerade eben gespeichert wurde. Scheißegal. Ach, Zeit, Alter von Super Mutanten. Deine Mutter ist ein Super Mutant. Oh shit, wir sind ja echt low. Moment. Ähm. Neun. Hallo? Kommt der auch her? Oder kommt der Hund her von dem? Der nicht den Hund eben? Da. Da kommt der schon. Achtung, Kate. Vorsicht, da ist eine Mine bei dir. Äh. Okay, pass auf. Jetzt gehe ich auf die Acht. Bitteschön. Ja, Alarm. Das ist ja noch nicht mal ein Ding. Oh fuck, Kate. Das war ja nicht so geplant. Der ist ja noch nicht mal... Noch nicht mal irgendwie legendär oder so. Der Kerl. Ich kann mich an den gar nicht mehr erinnern. Die Dinger haben wir ja gar nicht dabei, ne? Die, ähm... Ah, die Snipe. Haben wir ja weggepackt. Gleich, Chef, Chad. Oh mein Gott, ich hab eben erst gesehen, wie viel Damage der mir macht. Ey, der hat mich ja... Habt ihr das gesehen mit seiner behinderten Wummel? Da, meine Stimme. Alter, Verwalter, Falter, Falter, Falter. Ähm, so, warte mal. Und dann, ähm, so. Ne, so. Let's go, bitch! Nichts da. Woah, 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 so. Ne, 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 kurz nachladen, bevor ich das reindrück. Ich bin hier mehr runterrollen, Chad. Ich hab halt vergessen. Oh. Hi, Dari. Drei. Zwei. Ist die Pump auch durchgeladen? Jo. Hallo. Ah, so. Boah. Der, wir... Ah, wir haben ja keinen Helm gehabt die ganze Zeit, ne? Ich kann den direkt aufsetzen, ne? Doch, wir haben diese Sackkapuze mit Kackesack draufgehabt. Lächerlich. Guck mal, das ist aber echt... Müssen wir uns dann gleich angucken. Wir nehmen jetzt Chad. Oh, ja. Ja, moin. Ich fress ihn gerade nicht so wirklich. Halt. Boah, okay. Okay, und die letzte Wummel. Haha. Was, so wird ein Mädchen verwöhnt? Richtig, richtig. Genau so wird ein Mädchen verwöhnt. Schön mit allen Wurmen. Mit drei verschiedenen Waffen ins Gesicht. Ich glaub, die Kate versteht irgendwie was anderes unter Verwöhnen als wir. So, noch eine Kartusche. Aha. Aha. Da sind jetzt noch Aluminiumdosen. Nass, nass, nass. Nochmal speichern, falls ich es nicht gemacht habe. Schrotpatronen. Sehr schön. Ist das alles durchgeladen? Ja, wir haben alles durchgeladen. Oh Gott, heute ist hier irgendwas? Ne. Bevor wir jetzt hier noch in irgendwas reinlaufen. So, jetzt ist es auch für mich direkt viel chilliger, Waffen aufzuheben. Weil wir so oder so hier in dem Menü hier oben unser Zeug haben. Das ist unser Kram und da unten, das ist das andere, ist einfach alles irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Scheißdreck wahrscheinlich. Oh, jawohl. 34. 5,46. 3,42. Naja, naja. Das ist krass hier. 86er Schrotflinte. Was hat denn unsere Pamp? 86. Pff. Okay. Aber da habe ich eigentlich den Wumme aufgehoben. Ja, habe ich auch, ne? Das ist jetzt eine von den Sachen, die ich halt dabei habe. Und jetzt müssen wir hier hoch. So ein Grashüpfer. Dann werden sie mir doch mal alle gespannt, wo dieser Grashüpfer ist. Ich habe ja noch mal die Ahnung. Ist wahrscheinlich auf dem Dach. Mit einem Stinkpack kann man gefallen. Na, wissen wir alles schon. Und Skilltechnik habt ihr euch, glaube ich, auch noch nicht großartig ausgedrückt. Doch, eigentlich haben wir einen Plan. Und zwar immer schön auch ein bisschen in diesen Lebensspender rein skillen. Können wir gerne machen. Wir sollten aber auch Waffenfreak nicht vergessen. Sonst sind wir, glaube ich, nach wie vor wirklich sehr gut unterwegs. Also Charisma und diese ganzen Dialogtechnischen Dinge laufen echt gut. Manchmal kriegen wir sogar einen roten Dialog. Easy peasy hin. Ja. Also, von daher, ich bin eigentlich zufrieden damit. Waffenschaden kann man, glaube ich, auch noch weiter skillen. Passt mir aber auch schon ganz gut in den Kram. Zu dem mysteriösen Fremden, der dann manchmal zufällig auftaucht. Und dann an den Gegner, den man gerade bepimmelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde. Aber ich... Tja, ich brauche wirklich deine Hilfe. What, what, what? What? Worum geht's, Kate? Es geht um alles. Uns verbindet eine Freundschaft. Und das heißt, dass ich dir vertrauen kann. Und ich hoffe auch, dass du mir den Rücken frei hältst. Denn das brauche ich jetzt mehr als sonst. Ich... Ich bin krank. Und kann das nicht länger vor dir verstecken. Ähm... Okay, beruhige dich und atme tief durch. Wenn du krank bist, helfe ich dir. Okay. Okay. Ah. Es geht um folgendes. Seit ich von zu Hause weg bin, habe ich Psycho genommen. Ich weiß nicht, warum ich den Mist noch nehme. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich habe alles probiert. Ich halte keinen einzigen Tag ohne den Scheiß aus. Und ich habe die Schnauze voll. Ich habe sogar hinter deinem Rücken genommen. Wenn du es nicht gesehen hast. Das Schlimmste ist, dass es mich krank gemacht hat. Ich spucke Blut und fühle mich richtig schlecht. Ich muss diesen Mist aus meinem Körper bekommen, bevor ich noch dran krepiere. Kate, wir machen das. Heilung von Abhängigkeit weiß nichts. Sag mir, wie. Kann deine Psychosucht geheilt werden? Normalerweise würde das jeder Ödland-Doc schaffen. Aber ich habe das Zeug so lange genommen, dass es dafür zu spät ist. Alter! Alter Verwalter! Weißt du, wo wir Vault 95 finden? Nein, leider nicht. Ich weiß nur, dass er irgendwo im südwestlichen Teil des Commonwealth liegen soll. Ich will nicht, dass du mich für einen runtergekommenen Junkie hältst. Für ein dummes Mädchen, das sich grundlos zerstört. Als deine Freundin bitte ich dich um Hilfe. Bring mich zum Vault 95. Sobald du bereit bist, mich von meinem Leid zu erlösen. Ja, moin! Leute, Leute, was geht hier ab? Ich habe... Das habe ich zum allerersten Mal. Ich habe die Kate nie als Begleiter... Ich habe die Kate nie als Begleiterin lange dabei gehabt. Marty Bolfinch. Kronkorken... Und sonst nichts. Der sieht ziemlich schick aus, der Kerl, oder? Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Ja, du hörst Zeug, das gar nicht da sein. Jetzt setz dich da mal hin, Martin. Oder Martin, oder wie er hieß. Ha. Also, das... Na, da oben, hock da drauf. Wollen wir gehen hier lang? Das ist kein Müll. Bist du jetzt mal ruhig? Das ist wichtiges... Das ist... Ich habe da Nachforschung. So, da ist der Grashüpfer. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Nahrung für den Grashüpfer hinzugefügt. What? Lies, Nahrung für... Achso, das ist das... Okay. Nahrung für den Grashüpfer. Gucken wir mal. So. Hergestellt von Sham Drown, 25. Mai 1742. An meine Bruder und Grashüpfergenossen. Brüder, dafür... Niedergestreckt am 13. November des Jahres 1755, früh am Morgen durch ein großes Erdbeben meines alten Meisters im Himmel. Wie im Angesicht der Zerstörung durch Flammen entkam ich bei Zeiten. Den Hallen, den gebrochenen Knochen und Prellungen. Wohlauf und heil. Das alte... Das alte Meisters Sohn Thomas Drown, 28. Juni 68, will ich Nachlass in meinem Büro versprechen. Doch wandelmutig wie der Wind soll ich sein. An den Ufern des Charles, wo Meister Sham auf ewig ruht, soll man finden den Wert eines ganzen Lebens. Wow. Finde Sham Drowns Grab. Leute, hier ist überhaupt niemand. Jetzt... Wir haben hier gerade voll die wichtigen Sachen. Die Kate ist krank. Okay. Abenteurer. Die Kate ist krank. Kate. 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 Chill. Chill, chill, chill. Chill mal deine Unterwäsche, Kate. Wir müssen dich jetzt erstmal retten. Guck mal, ich fache mal die Pisser ab und guck mal direkt auf die Map, wo ist... Wo ist sie gemeint? Was für ein Teil der Map? Sie... World 95. Kate, ich hab's zufällig schon gefunden. Wir müssen da sofort hin und Kate helfen. Oder? Also wir machen jetzt auch die Grashüpfer-Geschichte und aber das nächste muss doch die Kate sein. Auf jeden Fall. Ich denke, da wird keiner dagegen stimmen. Achso, jetzt können wir ja nicht... Jetzt können wir uns ja nicht wegpupporten, ne? Weil die Pisser in der Nähe sind, oder? Da vorne ist dann das Grab da, oder was? Galerie Pikmin. Ja, geht nicht. Alles klar. Ich schal... Ich schalerie Pokémon, na? Ja, das ist das, wo die Pisser sind. Oh Gott, guck mal, da unten läuft auch einer rum. Jetzt bin ich schon so ein bisschen geer. Was ich spiele an mir? Oh, ist runtergefallen. Wir sind versteckte Andacht, das gar nicht gehört. Der war direkt unter uns und hört's nicht. Ach, Automatikpistole mitgenommen. Egal. Okay. Hm. Es ist eh nicht weit, sehe ich gerade. Raketenwerfer. Das ist der Lurch gewesen mit dem Raketenwerfer. Wir müssen nur da rüber. Ich speichere kurz den Ränder direkt hin. Und da müssen wir Kate helfen. Leute, das geht doch nicht. Oh fuck, jawollah. Einfach weg, einfach weg. Kate kann das schon vertragen. Sie nimmt ja noch Psycho im Moment. Wir sind zum Glück nicht abhängig. Also maximal von Jet. Aber Jet ist ja... Sie ist ja wie Gummibächen. Mean Pastries. Ach shit, da müssen wir ganz... Da müssen wir ganz kurz rein. Solche Sachen, die müssen wir eigentlich direkt besuchen, weil die keinen Punkt auf der Karte haben. Die finden wir ja sonst nie wieder. Ich gehe mal ganz kurz rein. Da muss ich direkt ins Bett nach der Folge. Rulle, die Waldfee. Ah. Katze. Ach so, die Dinger, die da immer daneben greifen. Oder passt das jetzt? Greifen die grundsätzlich daneben? Ah, scheiße. Ich rieche hier doch irgendwie eine Falle. Riecht ihr das auch? Kuchenformen können wir gebrauchen. Nice. Was haben die? Sind Aluminium oder der Ding? Ich wollte Blei sagen. Bleikuchenformen. Das sind die Guten. Das sind die... Yeah. Das sind die Gesunden. Oh, fast. Ja. Sehr nice. Wie schön. Wie schön. Ach so, was ich noch fragen wollte. Gibt es hier eigentlich jemanden unter den Zuschauern, die hier bei Fallout zugucken, die nur Fallout schauen? Oder... Ja, doch. Die nur Fallout schauen. Sie trinkt. Da ist doch gar nichts drin. What the fuck. Gibt es da jemanden? Öh. Ah, das war die Katze. Ich dachte ganz kurz, wenn ein Baby das schreit. Aber... War sehr gruselig. Ja, aber es war eine Katze. Ganz cool. Ey, die Kate ist krank. Leute. Die Kate ist eigentlich... Fuck, dann müssen wir doch irgendwie mit allen Begleitern rumlaufen, weil alle wahrscheinlich irgendwie ihre kleine private Quest haben, oder? Na gut, aber das können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Also würde ich sagen, dass wir das... Wir können schon auch wechseln natürlich, aber irgendwie wächst einem so ein Begleiter ja auch ans Herz. So eine Kate ist halt auch schon lecker am Herz dran. Ah, die Ladezeiten, die sind nicht lecker. Die fallen mir gar nicht. Die, 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 die. Ah, die Mucke ist so nice. Ah. Das ist schon fucking ameisen. Das sind schon verfickte Ameisen. Und es lädt. Und wir waren doch... Das ist so ein winziges kleines Räumchen, in dem wir gerade waren. Und ich bin doch schon außen rumgelaufen, zum Ausgang praktisch. Es müsste eigentlich alles schon irgendwie nicht geladen sein, aber so halb bekannt. Das Spiel tut dann immer so, als wenn man jetzt gerade was anderes starten wollen würde. Was komplett anderes. Wahrscheinlich schlechte Speicherverwaltung oder sowas. Da ist es. Wir sind schon direkt dran. Wir sind direkt da. Oh fuck. Oh fuck. Okay, okay, okay. Neun. Boom. Und jetzt nochmal. Kate, ich kann dir nicht empfehlen, da stehen zu bleiben. Ach, Kate, 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 Kate. Ich mach das nicht mehr. Komm, für die Pisser. Warum brauchen wir jetzt keine Mähen? Alter, hab ich den gerade eben die ganze Zeit nicht getroffen? Ich bin schon ziemlich gut. Lächerlich. Das war unnötig, den einen da überhaupt wegzuspringen. Was geht denn da jetzt ab? Shit. Das muss ich jetzt kurz sehen, was da abgeht. Verdammt nochmal. Was macht ihr hier? Was passiert hier? Warum schießt ihr hier um euch? Aus der Cabot. Oh. Oh shit. Wir haben da vorne so ein Riesenroboter. Wachbot. Ähm. Das sind das Rust Devils. Ach du Scheiße. Hat der, hat der, hat der Rust-Robot, jetzt ging diese Rust, die Pisser gekämpft oder was? Ich dachte, der Ding war jetzt zu denen. Die sind rein, die alle zusammen. Da kommt noch eine. Leute, ich muss eigentlich gerade eine Leiche schänden, ausbuddeln eigentlich. Wobei das auch eine Leiche schänden ist, wenn man Leichen ausbuddelt. Kate, mach du das mal, ich hab fast keine Muni mehr. Ich muss jetzt hier mal auf den Revolver umsteigen. Äh, Revolver umsteigen. Von dem haben wir jetzt noch einiges. Das ist auch direkt ein krasser hier, ne? Und wir gehen erstmal auf den. Boah. Alter, was er macht? Action, man. Oh, guck mal, der fliegt gerade. Oh, im Flug in die Fresse. Damm gelaufen für dich. Bisnitsch. Kate, machst du noch was? Ja, ja, ja. Nein, nein. Jetzt duckt doch da nicht rum. Nicht dreckig. I'm just gewaschen. So. Ja, ich muss kurz was maschen. Das ist so krass hier gerade. Ähm, acht. Bitte schön. Jetzt muss ich hier echt noch ein Jet nehmen für die Lurche. Ja. Muss ich jetzt einfach machen, dass wir hier durchkommen. Ja. So, ähm, Moment. Die hier. Das ist die gleiche, alles klar. Alles klar. Hab's überlebt, läuft. Ein Offiziersschwert. Wobei ich jetzt trotzdem nicht sagen würde, dass es krasser wäre, als, äh, das, was wir der Kate gegeben haben. Ich glaube, es war an sich stärker, diese Klinge. Und die sagt cooler aus. Okay, haust der Cabot's ein andermal. Aber jetzt, also das ist ja hier ein Quest zählen, wenn ihr euch vielleicht noch erinnert. Aber wir wollen jetzt den Knirch ausgraben und dann ist er schon mal gut. So. Ultram schnaufen hier alles. Ah, brauche ich dafür jetzt irgendwie eine Schaufel oder so? Ich hoffe doch nicht. Hopp, hopp. Pff, ich hegen. Ich hegen einfach. Ah, so. Na also. Graben. Hm, graben. Das geht ja wirklich perfekt, ne? Ich drück auf E, nichts passiert. Ähm. Hallo. Ich speichere mal kurz vor der Pulle. Ah, jetzt. Speichern hilft einfach. Ich hätte es noch im Ernstfall neu geladen. Hätte ich mal gucken, was du... Oh, okay. Der goldene Grashüpfer. Wir haben hier ein, äh, das, ein Schwert... Bingo. Oh, bingo, bongo, bingo. Das leuchtet grün, guck mal. Das war ein Zauberwort. Ziele nehmen Strahlungsschaden. Cool. Dann haben wir hier noch einen Goldbarren, Silberbarren und, äh, keine Angst. Ein, ein, ein geschriebenes Dingens. Direkt lesen. Fürchte dich nicht, die Klinge ist vom Eisen des Teufels. Doch nur der Träger macht sie böse. Drown. Gut. Okay, wenn du das sagst, Drown. Komm, den nehmen wir mal mit den Schädeln. Ich glaube, der jagt uns dann, wenn wir den mitnehmen. Besser uns dann. Bess, wahrscheinlich, ne? Nun ja, Leute, vielen Dank für's Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.